Du musst mir helfen. Hier. Was ist das? Das ist ein Weihnachtskostüm. Du sollst für die Kinder den Weihnachtsmann spielen. Aber wieso ich? Ja, sehe ich so aus wie ein Weihnachtsmann? Mach's doch selber. Schon mal von der Weihnachtsfrau gehört? Wir sind halt im Jahr 2018. Frauen und Männer haben selber Rechte. Hör auf zu diskutieren. Du willst den Weihnachtsmann spielen. Ach, okay, wenn er sein muss. Hier hast du 500 Euro. Kauf bitte für Jane Nelly ein Geschenk. 500 Euro? Oha. Das glaub ich nicht. Ähm, was soll ich kaufen? Du bist der große Bruder. Du musst wissen, was deine Geschwister brauchen. Ich hab's. Eine bisschen mehr perfekt. Ich will nicht, dass Jane24 hier rumsitzt und nur spielt. Kauf denen bitte ein Buch, okay? Welches Kind wünsche ich zu Weihnachten? Ein Buch? Kauf, was du willst, aber nicht mehr als 10 Euro pro Person. Wow. Nur 10 Euro. Und übrigens, diese Kostüme darfst du nur am 25. anziehen. Hey, wieso? Wenn Jane und Jane dich damit sehen, dann bekommst du eher mit mir. Okay, ja, ist gut. Ich brauchst eine neue Stimme. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann. bieguchest duer Mann? 체akt. Junker Mann? Hallo. Musik 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 Hohohohohohohohohohohoho Ich bin's! Ey! Keine Angst! Komm! Komm! Komm, seh dich hin Hohoho, wie geht's dir? Cool Ja, bist du überrascht? Ja Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ein Rennauto Ein Rennauto Ein richtiges Rennauto oder ein kleines Rennauto? Ein kleines Ein kleines Das ist gut, das ist sehr gut Was ist das? Das ist mein Spielzeug Dein Spielzeug Lass mal sehen Wie spielt man das? Und jetzt? Du bist dran Ich bin dran Oh Ist das dein gefährlich? Nein Also Hab ich gewonnen oder hast du verloren? Du hast gewonnen Ich hab gewonnen Ich verliere ja nicht Wenn ich gewinne Dann bekommst du dein Geschenk Nicht Aber wenn ich verliere Bekommst du dein Geschenk, ok? Ja Gut Oh schade, 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 schade Oh, das tut mir echt leid Das tut mir leid Du hast verloren Aber es gibt kein Geschenk für dich Oh Aber es ist nicht so schlimm, ok? Weihnachten gibt es jedes Jahr Also nächstes Jahr Bekommst du ein Geschenk von mir, ok? Mhm Gut, 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 gut Bitte, du kannst jetzt rausgehen Aber Ein Geheimnis, ok? Du sagst niemand Du sagst niemand Dass du mich jemals gesehen hast, ok? Mhm Das bleibt unser Geheimnis Das bleibt unser Geheimnis High five Nein Nochmal Ah Und Boom Nochmal Ah Boom Gut Jetzt bitte geh mal kurz raus Ich bin hier Weil ich hier ein bisschen sehen möchte Wer Geschenke braucht Hm? Und ich hab deinen Namen auf die Liste geschrieben Aber für nächstes Jahr Verstanden? Gut Also Niemand sagt, dass ich hier bin Das ist sehr wichtig Ok, gut Kanns rausgehen Mann, das war knapp Hu Ich meinte mich fertig gemacht Sie hätte mich kaputt geschlagen Hu Ah Ich muss mich beeinflussen Wenn man mich erwischt Das hier kann ich mal kurz wieder anziehen Guck mal Wer ist das? Deine Schwester Komm Kinder Hohohohoho Alles gut Alles gut Lächeln 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 So, wie geht's dir? Was wünschst du dir zu Weihnachten? iPhone 7 iPhone 7? Ja? iPhone 7? Wir spielen dasselbe, wir spielen nochmal, okay? Du weißt, wie das geht, oder? Jetzt spielen wir um dein Geschenk Wenn du gewinnst, bekommst du ein iPhone 7 Und wenn sie verliert, was passiert? Dann kriegt sie nichts Bekommst du gar nichts Ich fang an Sehr schön Ah! Wir machen... Warte, 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 warte Wir spielen dreimal, das war die erste Runde Du hast gewonnen, okay? Ja Jetzt kommt die zweite Runde Du fängst an Ah! Noch eine Runde Ja, letzte Runde Diese Runde entscheidet Die fängst an Du! Okay Bist du bereit? Ja, sie ist ganz gut, in der Tat Ja Nein! Oh, tut mir leid, tut mir leid Oh, das ist schade Das neue Spiel Okay? Du bekommst dein Geschenk nächstes Jahr Ihr bekommt eure Geschenke nächstes Jahr, okay? Nein! Ah, was los, wieso? Ich will mein Geschenk jetzt haben, sonst rufe ich meine Mama Jetzt? Ja! Ich auch Ich auch Sonst rufe ich auch meine Mama Habt ihr nicht dieselbe Mutter? Ja, doch Okay, ich habe euch verstanden Das ein Ziel machen Ich darf eure Geschenke erst am 25. geben Am 24. Ja, am 24. Also Wenn Ihr jemand sagt Dass ich hier drin bin Oder dass ich hier war Dann bekommt ihr euer Geschenk am 24. Aber wenn jemand sagt Dann bekommt ihr am 27. Dann bekommt ihr gar nichts Okay? Also ihr sagt niemandem Dass ihr mich hier gesehen habt Verstanden? Ja! Okay, bitte geht mal kurz raus Dann mache ich meine Aufgabe hier fertig Und Dann sehen wir uns am 24. Okay? Ja! Oh, dein Geschenk Dann kannst du dein Spielzeug mitnehmen Oh, ho, 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 ho Oh, ho, ho, ho Oh, ho, ho, ho Ja, mach die Tür zu Gut, 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 gut Gut, gut Puh Oh nein Ich muss mich beeilen Ich muss mich beeilen Ich dass sie Tbro Oh 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 Nun war das knapp Jo was geht Leute Das war's mit dem Part 2 von dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Und Leute die Serie ist nicht vorbei Es kommen noch mehr Videos Also noch mehr Familienserien Und Leute es geht weiter Fortsetzung folgt wie immer Es geht weiter Und wie immer bitte bleibt aktiv Und push das Video überall Teil das überall Dann kommt auch übermorgen ein neues Video Und bitte Sincia meine Schwester folgen Links in der Beschreibung Und wie immer bitte Danke für eure super Seite Bis zum nächsten Mal Peace